Das ist Jazz, ein Dreirad für die ersten Jahre ihres Kindes. Jazz wurde entwickelt, damit ihr Kind so früh wie möglich ins Fahrradabenteuer stürzen und neue Fähigkeiten lernen kann. Was gefällt mir am meisten am Jazz-Dreirad? Dass der weiche Sitze mit Bezug bequem ist und mein Liebling seine Füße auf der aufklappbaren Fußstütze abstellen kann. Ich bestimme dagegen die Fahrtrichtung und die Geschwindigkeit, so wie es mir am besten passt. Ich habe keine Angst um meinen Schatz. Wenn wir anhalten möchten, kann ich das Dreirad sichern, genauso wie beim Kinderwagen. Und es hat einen bequemen Sicherheitsgurt, sodass ich meine Tochter leicht anstellen kann. Ein zusätzlicher Schutz ist der weiche Sicherheitsbügel. Außerdem habe ich einen bequemen Rucksackbeutel, der perfekt für meine Einkäufe ist. Jazz ist ausgezeichnet für längere Ausflüge. Und mit diesen Reifen haben wir keine Angst vor Hürden auf der Straße. Ich habe schon alles gekauft, jetzt können wir in den Park zurückgehen. Das Beste an Jazz ist, dass es zusammen mit dem Kind wächst und sich an seine Bedürfnisse anpasst. Mit dem Jazz-Dreirad ist das Entdecken der Welt jetzt schon viel interessanter. Bevor meine Tochter bereit ist, selbstständig in die Pedale zu treten, kann ich in Ruhe die Fahrgeschwindigkeit und die Richtung bestimmen. Wenn es an der Zeit ist, selbstständig zu fahren, reicht es einfach, den Gurt und den Elterngriff abzunehmen. Um ein Handumdrehen hat meine Tochter mehr Freiheit beim Fahren. Jetzt kann ich ihr begeistert beim Fahren zuschauen und sehen, was sie alles kann. Ich bin stolz darauf, wie hervorragend sie zurechtkommt. Und wenn wir wieder zurück nach Hause gehen möchten, klappe ich Jazz-Dreirad einfach zusammen und nehme es mit. Es wartet dann auf das nächste spannende Abenteuer. KinderCraft. Easy with kids.